Tief im Amazonas-Regenwald verbirgt sich ein kleines Paradies, in dem ein junges Mädchen lebt. Ich bin Ainbo von Kandamo, die größte Jägerin in ganz Amazonien! Doch als das Böse den Regenwald bedroht, ist es Zeit, die Heldin in ihr zu wecken. Glaub an dich! Rette Kandamo! Du bist die Hoffnung, Ainbo. Jetzt gibt's nur noch mich und den Dschungel. Ainbo.